Hey Leute, das ist ganz Hüam. Willkommen bei WTN Germany. Er galt als einer der großen Erneuerer der Sozialwissenschaften. Der französische Philosoph Bruno Latour ist im Alter von 75 Jahren verstorben. Sein Lebenswerk aber, das wichtige Impulse für die Wissenschaft lieferte, bleibt. Der französische Philosoph und Soziologe Bruno Latour ist tot. Wie sein Verlag Les Editions La Découferte der deutschen Presseagentur in Paris bestätigte, starb Latour in der Nacht auf Sonntag im Alter von 75 Jahren. Latour galt als einer der größten zeitgenössischen Intellektuellen Frankreichs und wurde unter anderem als einer der großen Erneuerer der Sozialwissenschaften geehrt. Er war Professor an der Elite-Hochschule Sciences Po in Paris. Seine Bücher sind in mehr als 20 Sprachen erschienen. Hey guys, this is Gansham. Welcome to WTN Germany. If you want to more update regarding European and Germany news, then subscribe our channel and press the bell icon and like our video and share with your friend and family. Thank you very much for watching our video. Thank you.